Mein Anwalts.at empfiehlt folgende Kanzlei. Von der Beratung im Falle einer Scheidung über die Verteidigung in Strafverfahren bis zur Nachlassregelung. Dank des gemeinschaftlichen Zusammenschlusses mehrerer Rechtsanwälte in der Kanzlei Burka wie Tegmosa sind sämtliche Rechtsgebiete einwandfrei abgedeckt. Dr. Klaus Burka ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch konzessionierter Immobilienmakler und Verwalter und berät seit 1993 Klienten aus Wien und Umgebung höchst erfolgreich in allen juristischen Belangen. Zu seinen Kernkompetenzen zählen unter anderem die Gestaltung von Kauf- und Bauträgerverträgen, die Beratung im Liegenschafts- und Immobilienrecht sowie die Erstellung sonstiger Verträge und Urkunden. Außerdem vertritt die Kanzlei zahlreiche Gesellschaften und Gewerbetreibende. Dr. Klaus Burka verhilft Ihnen zu Ihrem Recht. Dr. Klaus Burka